so liebe leute weiter geht es heute mit den racer die frage was haben wir heute noch ein bisschen was dazu haben wir eine hetzjagd ok dann machen wir das mal stoppilot heißt das nächste event zwei tagebinder zwei störsender und ein imp unser ziel ist es 325 zu schlagen also insgesamt 410 um die aufgabe zu schaffen da steht auch schon ja verkehrsunfall wiederhole verkehrsunfall so so weg mit dir Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! So, gehen wir jetzt erstmal ins Bug, jetzt erst mal im Baden. Wir haben Einheiten verloren. Schließt mal zum Ziel. Ihr Ziel, das hat doch festgestellt. Ausweich von der Einheit. Das ist doch nicht assi. Ihr Ziel, die. Ihr Ziel, die. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! So, Aufgabe. Sie kommt sogar jetzt los. Die. 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 Die Wolken werden wir uns nicht schaffen. Silber auch nicht, aber nur noch 1,1 Kilometer nach. Naja, zumindest haben wir die Aufgabe geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Bei den Western sind wir erst gerade mal Level 7. Wir gehen jetzt gerade mal Richtung Level 8 erst. Bei den Western sind wir schon ein bisschen weiter. Jetzt sollen wir nur das Auto halten. Und zwar ein Porsche, 9F Speedstar für die Super-Serie. So, Llamogini, Gallados, Spider noch hinterher. Auch in der Super-Serie. So, ein Rennen haben wir noch. Dann haben wir das Thema durch. Was die Weser betrifft. Wir fahren eine Vorschau. Ja, komm, wir fahren eine Vorschau. Dann haben wir das Thema. Dann fahren wir das auch durch. So, egal. Farbe ist jetzt Jacky Wurzer. Wir nehmen den Wagen in Weiß. Das ist aber auch egal, wie gesagt. So. 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 Der wollte aber auch gerade Kompeten rüber ziehen. Naja. Ja, da suchst du schon 100 km Feuer. So, 33 km haben wir insgesamt die Zeit für 15 km. Also ist auch mal entspannt, ohne Kopf zu fahren. Ich mach einfach mal ein bisschen entspannen, um uns da zu Dingern zu gehen. Meine Güte. Ah, das ist doch nicht wahr. Warum gehst du eigentlich auf die Mitteltur, Idiot? Ich bin ja voll auf der Gegend, wo sie landen. Ah, da geht's doch nicht. Na, Goldkirbisch werden. Da glaub ich, da glaub ich fast nicht dran. Aber... Hey, nur eine Minute für 7,5 km. Meine Fresse, geh mir nicht auf. Was ziehst du da so rüber? Aber wie der da reingeknallt ist, ey. Ja. 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 345 Ich glaube, dass ich das gerade schaffe, sogar fehlbar zu fahren. Scheiße, das ist schwierig. Das ist eine Franze. Aber geschafft ist geschafft. Aber wie das eine Auto sich mit auf der Autobahn einmal quergestellt hat, um uns dann wegzuchecken. Schade, das hätte vielleicht auch gut und gerne auf Silber sein können. Aber egal, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Das ist das allererste Wichtigste. Gut, dann sind wir schon wieder durch mit den Raiders. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit den Kotz.